Hallo Freunde, ich nehme euch heute mal wieder mit in meine Küche und wie ihr seht, es sieht nach Äppeln aus. Ja, heute will ich mal Apfelsaft machen, weil wir haben so viele Äpfel dieses Jahr und es wird jetzt echt Zeit. Ich zeige euch mal meine Station hier. Also hier ist der Vorbereitungstisch sozusagen. Das sind die aus dem Keller geholten frischen Äppeln. Hier werden die dann geviertelt und das Gehäuse rausgenommen. Dann kommen sie in so ein Zitronenwasser, bis ich dann so ein paar Zusammenhabe für den Entsafter. Und hier, das sieht nicht besonders lecker aus, das ist quasi der Trester vom Entsafter und die Innereien vom Apfel. So, dann gehen wir mal weiter. Dann komme ich zur nächsten Station, das ist mein Entsafter hier. Habe ich auch recht neu. Ist echt cool, dieses Teil geht ratzfatz, dass man die Äpfel da oben rein tut, anmacht und hier kommt der Saft raus. Das Problem bei der Sache finde ich allerdings, da ist extrem viel Schaum dabei, wie ihr seht. Und da weiß ich jetzt gar nicht, was ich mit diesem ganzen Schaum machen soll. Essen kann man den, der schmeckt halt nach Apfel, aber ich will ja nicht nur den ganzen Tag diesen Schaum essen. Wahrscheinlich werde ich ihn weg tun. Sieht man auch hier in dem Aufhangbehälter, halb Saft, halb Schaum. Naja, schauen wir mal. Gut, und hier sind ein paar Weggläser oder Wegflaschen, in die dann der fertig gepresste Apfelsaft reinkommt. Hier ist mein Einkochautomat, der kommt dann gleich dran, wenn ich die ersten Gläser voll habe. Und hier sind schon die ersten zwei gefüllten Weggläser mit Apfelsaft. Na gut, die Farbe ist jetzt vielleicht nicht so schön. Das Zitronenwasser hilft zwar ein bisschen, aber im Laufe der Prozedur werden die Äpfel halt doch braun. Aber egal, es schmeckt trotzdem. Ja, das nur kurzer Einblick hier in meinen Einkochsonntag heute. Na dann, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Hier ist nun meine Ausbeute. Acht Flaschen, aber 500ml von meinem tollen naturtrüben Apfelsaft. Einige Flaschen sind mir sehr gut gelungen, mit kaum Schaum drauf, wie ihr seht dies beispielsweise. Aber manche, das war das erste hier hinten, was ich gemacht hatte, da ist noch zu viel Schaum drauf. Aber ich lasse das natürlich so, kann man ja einfach beim Öffnen dann abgießen. Ja, das kommt jetzt in den Keller, wo es kühl ist und dunkel. Und dann wird das irgendwann im Winter geöffnet und getrunken. Jo, Tommys Natur drüber, Apfelsaft. So, na um das Ganze jetzt mal hier zu beenden mit unseren Äpfeln, habe ich am Wochenende nochmal fleißig eingekocht. Und zwar einmal hier aus unseren Äpfeln, das ist so ein Apfelkompott. Und dann wollte ich wieder Saft machen, aber es war mir zu ein Aufwand. Dann habe ich einfach Apfelmus gemacht und das hier in diese Flaschen abgefüllt. Ist auch prima geworden. Und dann bin ich mit den Äpfeln endlich durch. Also wir hatten so viele Äpfel in diesem Jahr, unglaublich. Und dann habe ich noch aus unseren Zierquitten ein bisschen Gelee gemacht. So, hier so drei Gläser. Und als letztes nochmal ein Likör, ein Chili-Likör. Diesmal ein bisschen anders wie beim letzten Mal. Da habe ich einfach neben dem Chili ganz viele andere Gewürze reingemacht. Also Koriander, Wacholderbeeren, Kreuzkümmel. Ach, weiß nicht, was da noch alles drin war. Anis zum Beispiel auch. Hat eine schöne Farbe, muss jetzt aber in ein paar Wochen stehen. Ehe man das genießen kann. Diesmal habe ich wieder eine ganze Habanero genommen. Also aufgeteilt in zwei Flaschen. Und nochmal extra zwei kleine Lila Luzi. Na, da schauen wir mal. Das wäre es aber jetzt mit meinem Apfel-Video. Na, tschüss. Das wäre jetzt mit meinem Apfel-Video.